Mein Gott, wie lang ist das schon her? Ich war damals Student und fuhr auf der Donau nach Ungarn. Mein Gemahl, was leider spricht wenig Deutsch, sagt, dass Biroschka sich nicht traut, herunter. Biroschka! Biroschka, Biroschka! Biroschka, du hast mich ja geküsst. Schocko, Annie. Nur weil es so sieht. Was denn das? Sag mal, was denkst du eigentlich von mir? Dass du ein Mensch musst wirklich liebhaben können. Ganz wirklich. Hab ich strengen Befehl von Egemal, muss ich aufpassen, dass Herr nicht zu viel trinkt. Ihr müsst mit mir aufstoßen. Anstoßen. Es wird eine Aufregung zu Hause geben. Was willst du denn deinem Vater sagen? Wird ich ihm sagen, du hast mir verviert. Du hast wohl einen Vogel. Ja, das wird ja Gott sei Dank auch noch mal Abend werden. Schön, dass ich das noch mal hören kann. Mit dir zusammen, bevor ich Abschied nehme. Was willst du nehmen? Ja, Biros, ich fahre fort. Wann musst du hinwegfahren? Morgen. Wann nicht? Morgen. Morgen. Morgen.